Zeratol, und zur Hölle bist du da bloß reingeraten. Freund Raynor, lange ist es her, dass wir gemeinsam den Schwarm bekämpften. Seither durchwanderte ich die Leere in Einsamkeit. Auf der Suche nach einer uralten Prophezeiung, die angeblich die Rückkehr der Xel-Naga voraussagt. Meine Suche führte mich auf eine entlegene Welt namens Ulan, wo ich Teile der Prophezeiung fand. Doch war ich nicht der Erste, der sie entdeckte. Nun liegt es bei euch, alter Freund, meine Erinnerungen zu durchleben und zu verstehen. Der Zerkschwarm kam wie prophezeit. Und die Protoss, erstgeborene der Götter, stellten sich ihnen. Die Xel-Naga, unsere Schöpfer. Nun kehren sie zurück. Doch bedeuten sie Rettung? Oder Untergang? Der Zerkscharm kam? Der Zerkscharm kam? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich wusste, du würdest hierher finden. Mit der Zeit. Eure bloße Anwesenheit entweiht diesen Ort, Carrigan. Hörst du sie, Zeratul? Ihr Flüstern in den Sternen? Ihre Ankunft wird die Galaxie entflammen. Möglich. Doch werdet ihr es nicht erleben. Bitte. Unser kleiner Streit ist bedeutungslos. Ein Sturmzicht auf, den nichts aufhalten kann. Wie passend, dass wir zusammen ausgelöscht werden. Niemals! Sturm! Was ist das? Was ist das? Die Prophezeiung ist nicht eindeutig. Hoffnung besteht immer. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das?